Jey 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 Gut So, bisschen Heilung Die DDD-Klone Jey Oh Gott Da ich jetzt n' Hammer hab, kann ich eigentlich ganz gut ausweichen Und sowieso guten Schaden machen an den das ist schnell so platzschatz gemacht drei kleine klone kommen die nach vorn was ist das denn die rutschneider vorne hau 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 so ich weiß nicht in welcher phase sich jetzt alle drei befinden aber ich hoffe ich kann dagegen was machen wow zwei müssen noch umhauen nur ein nee zwei so der ist weg ist aber auch direkt auf einen drauf springen wollen ekelhaft so die kanone sollte ich ohne schaden zu kassieren schaffen können die ernähren komische pokéball kanone ja ihr mit eurem laser der nicht nach oben ziehen kann gott sei dank der sieht mal einer vor oh das ding ist schnell schnell aber hier feuer hat mich voll getroffen geil wieder eine phase nicht gesehen gehabt das ding machen kann soviel zu das kriege ich ohne schaden zu nehmen das ist so typisch so hol deine komischen oh gott lasst euch weg gehen das habe ich nicht nur gesehen das feuer aus auf und bis ja wsting po5 de 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 gut dann haben wir jetzt vor mir auch ach, ich war ja gar nicht mal so schlimm, die NGORuciones Basis nuclear�� banner die war einfach,al зачем wirklich einfach aber ich habe kein leben und mein leben wird einfach übernommen der super auch schnell kaputt zwei schüsse doch was denn das für die kanone nicht mehr aber wie man weiß steckt dahinter noch ein größerer gegner der ein bisschen mehr was drauf hat und so und zwar das ding das ganze gehört aus schluss kann so weil es kann ich habe mich getroffen auch krepp ich glaube ich habe sogar ein bisschen aufgepimpt für diese sache hier ich sollte da ausweichen für mich hinter dem ding stellen aber mehr und ich das ist eine lebensbalken gewesen ich dachte man muss die einzelnen dinge abschließen egal miniboss parade 2 sollte auch relativ machbar sein trotzdem nicht mal kurz meine energie so drei haben wir hier toxin buch kommt zuerst die security drohne man schön sehen kann ich schaden anmacht so zwei feurige hämmerschläge und das ding ist weg da ist das büro was sich natürlich langsam vorbewegt gift möchte ich nicht haben wenn ich doch nur bekäme dann würde ich es nehmen ach ja du bist ja auch rum hinbeklopfen so könnte eine fähigkeit nehmen aber ich habe sie schon deswegen dankeschön den portaling 2.0 der war schlimm naja halb so schlimm so das müsste es gewesen sein sehr gut präsident halt mal 2.0 jetzt schon noch vier bosse übrig oh crap ok das ist eine menge moment da fehlt der zweite meckle night boss kampf interessant wobei es gab ja keinen wir haben ja direkt noch sprung ach super wie bei susi genau wie bei susi genau wie bei susi ich wollte eigentlich nur aus eigentlich nur ausweichen so hier warte ich einfach mal au oder auch nicht ich wollte mein energiezeug nehmen energie komm schon mach keinen scheiß man ja so kann ja gar nicht so viel zahlen ich kann sogar zu schaden machen dem präsidenten halt man da in der zwischenzeit ah mist oh die zwischenphase ich erinnere mich nicht so coole zwischenphase nicht so coole zwischenphase so letzte phase was macht er jetzt er holt jetzt den stein hoch und dann macht er sein geld zeug und macht erst das da was so ein bisschen random erscheint ob ich sein geld ah crap oh gott ich sehe gar nichts sie wirklich gar nichts oh ha das ist übel ah what the holy crap wow wow that was is crazy oh nein hör auf mit deinem blöden geld das ist wie nix wow oh warte boah ey hahaha das war als mecca als medallide viel einfacher verdammt du warst nah dran k.o. in runde 9 aber was kommt danach doch alles so das sollte ich jetzt aber schaffen also fast volles leben und dann präsident haltmann das sollte machbar sein da komm her du oh das war was eins das war einfach yay komm jetzt phase 2 komm jetzt phase 2 der war auch einfach nicht mal getroffen worden quasi 3 was ist das mit dem blöden geld ne ja anti hu so knapp auch kein treffer ah das leute los muss man jetzt im run los Mist verfehlt Kaputt Kaputt Der Weg und jetzt wird es ekelhaft Es dreht sich einfach auf meine Position Und es dreht sich einfach weiter Voll crazy der Boss Andere Seite, okay Da drüben Hör, schießt er jetzt durch Auf meine Position hin Nicht nett, Mann Ne, verfehlt Meine Position? Wirklich? Von wieder Ja, versucht es einfach Oh, jede Menge Susis Okay No hit Yeah Jetzt kommen wir endlich mal weiter, ne? Das ist ja cool Das eine Mal Wenn ich hier irgendwie mit Leben reinkomme Wäre ich überhaupt nicht getroffen Das ist doch bitter Das ist so bitter Oh Dark Metaclonen Sektonia Klonen Beide? Oh Okay Volles Leben Und Leben übrig Aber zwei Bosse am Stück Öh Und es ist in der Inscanaut 3 Das ist aber kloppt Was kommt denn da alles noch? Na super Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Oh Kann man auf ihn zurück schleudern Das ist ja interessant Ich muss sagen Ich habe keine Ahnung Was er macht So Insgesamt Weil ich ihn mit Metanet wirklich zerstört habe Also Ey Und es ist auch nicht gerade Ein Hammerreichweite Okay Phase 2 Ja du blödes Auge Hau ab Ach ja Der Laser Öh Oh Er hat mich gar nicht getroffen Er ist Glibberzeug Ey So viel macht er auch nicht wirklich Das ist irgendwie traurig Ähm Okay Das war unerwartet Der kommt von irgendwo an Machen ein paar Geräusche Und dann trifft er einen Das ist auch Irgendwie doof Weil er war ja auch der einfachere Boss Oder der einfachste Boss Aus der ganzen Reihe Sie hingegen Ist ein ganz anderes Kaliber Oh Gott Na super Nicht nur hält sie einiges aus Nö sie spielt auch gut aus Alter 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 Schawede Oh der Diskusring Ähm Du Hey du wirst mich voll verarschen Du kamst mich einfach Das ist uncool man Phase 2 Ich hab kaum noch Leben Sehr schön Da war die Finte Au Das ist uncool Ich kenn diesen Boss nicht Das ist voll übel Uh Grad noch so gerettet Oh oh Diskusring Unten Diskusring Oben Mitte Und oben Okay Ähm Ich hab ziemlich getroffen Das ist uncool Bin Ich bin froh wenn ich es besiegen kann Bin ich schon mal ein Erfolg So ein geringer Erfolg und mich Oh Gott Eh, elektrische Radungszeugs. Na gut, sie hat mich nicht getroffen. Und besiegt. Oh mein Gott. Uiuiuiuiui. Glaubt mir, ohne Scheiß, ich nehme hier schon eine Stunde auf. Und das ist bisher das weiteste, wie ich gekommen bin. Oh Mann. Und jetzt kommt Ultraneids-Rückkehr. Und das sind noch zwei Bosse. Boah. Boah, boah, boah. Hammer gegen Schwert. Oh boy. Oh boy. Das wird nicht schön enden. Ich fühle mich. Wer mir guten Schaden macht gerade. Oh, der fliegt einfach rum. Oh, der kriegt gar keinen Schaden. Hallo, ich bin ausgewichen. Was soll der Dreck? Ah, gut, das hat gute Schaden gemacht. Oh, oh. Jetzt geht's richtig. Eklat ab. Au. Au. Oh crap. Nein, 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 nein. Nicht dieser Laser. Nicht der Laser. Nicht der Laser. Nein, 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 nein. Ich erinnere mich. Der war ekelhaft. Der kann so kleiner sein, wie er will. Der trifft trotzdem. Und macht echt eklafen Schaden. Fuck. Ich bin jetzt platt wie ein Goomba. Verdammt mich. Elf Bosse. Shit. So, volle Konzentration. Phase 1 ist ja pissen. Aber Phase 2 ist fies. Was ist ja pissen. Das war Phase 1. Jetzt kommt Phase 2. Oh boy. Ah, geschmeckt. Zumindest nicht zweimal getroffen worden. Aber ich bin draußen reingesprungen in ihn. Das ist dumm. Das ist so verdammt dumm. Is. Oh. Ah, crap. Ah, crap. Ich habe ihn. Yes. Verdammt. Was kommt denn jetzt noch? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das kann ja was werden. Geil. Für den Fall der Fälle schmeiß ich mir das schon mal ein. Das kommt mir bekannt vor. Das ist hier Tengen-Toppa-Gurun-Lagan. Kennste, kennste? Oh Gott. Hallo Sternentraum. Oh, du bist kaputt. Oh oh. Hat man jetzt seine Dingens deaktiviert oder wie dadurch? Oh, scheiße. Sternengeist. OS. Okay. Wow, wow. What the? Au. Genau. Überall Laser. Heilige Scheiße. Wow. Wow. Das ist ziemlich viel Sternenergie, meine Güte. Hallo. Hallo. Du wirst mich rammen, oder? Ich sehe das schon. Gefällt mir nicht. Das ist ja auch ein Leben ohne Ende, es ist ja unfassbar. Die Meteoriten? Ich erinnere mich. Oh crap. Brennen. Oh kacke. Woah. Chill. What the fuck? What the fuck? Woah. Woah. Das ist jetzt mal voll crazy unterwegs gerade. Das ist kaputt. Das wäre super. Ne. Anscheinend. Wow. Nicht. Haha. Die haben voll gelitten. Hier tut man den Finger schon weh, den ganzen Drücken. Ein Teil kaputt. Wow. Laser. 2 ist er kaputt. Gut. Der Power. Er ist er kaputt. 2 ist er kaputt. Oh. Doppelter Laser. Das ist uncool. Das zählen. Oh. Alter. Das ging halt auch ein Leben ohne Ende. Ah. Was kommen jetzt? Ach. Meteoriten. Natürlich. Was ich aufnehmen kann. Sehr schön. Ich glaube, da kommt ein Laser. Ja. Da ist ein Laser. Oh. Da schenken wir Energie dadurch. Voll gut. Nämlich gerne. Oh. Oh. Aber was ich noch übernehmen würde, ist der Kill. Den habe ich jetzt. Cool. Huh. Das war schon. Hab ich. auch nur wirklich noch phase 2 auch noch wahrscheinlich auch noch phase 3 aber das kann nichts werden gerne geist us phase 2 auch kräfte saugt jetzt schon ein ohne kräfte macht mir damit auch for fuck sake no 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 sie aber nix Oh mein Gott Das sollte ich kaputt machen Denke ich Alter, ich brauche da drauf, das geht nicht kaputt Wow Hallo Ach du Scheiße, das ist so ein Ding Äh, nö, 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 nö Ist ja ekelhaft Oh Crap Alter, was, das will mich rammen Das ist doch Bullshit Das Ding ist viel größer als ich Uh, Teile Die ich nicht aufnehmen kann, leider Schade Einfach drauf Falten, einfach drauf halten Und das Haar Warte, h, jetzt schon Ah Im ersten Kampf war es das L zuerst Oh, die habe ich gar nicht beachtet Oh Crap Alter, jetzt machen die mehrere Sachen gleichzeitig Das ist voll mies Okay Ich muss meinen Finger ausruhen Das ist echt hart für den Finger So Oh ja, die Tentakel Oh, Scheiße Oh ja, die Tentakel ist abgefallen, ist gut Ich stege mir ein bisschen rum Das ist irgendwie so nicht ganz geil Au Mist, Dinger Meine Fresse, was ist das denn für ein Scheiß Voll unangenehmer Bosskampf Oh Mist Oh Gott, das L Okay, das L ist auch durch Roboter Wow Weg mit dir Oder bei einer Maske Maskerade Oh boy Ich habe so gar kein Leben übrig Das kann nichts werden Und das ist was es macht Das saugt natürlich ein Das weiß ich ja noch Ähm Oh ne, es macht Laser Es macht Laser Awww Oh, Gottes Willen Ist das fies Alter Scheiße, die Wand an Das ist voll fies Ohne Mist Man sieht nicht wirklich, wo man Ja, wo das Ding trifft Mit dem Laser Fuck Ich wäre davon ausgegangen Dass es schon weiter unten ist Kacke Wobei ich hätte auch sagen können Ich gehe direkt nach ganz unten Um ganz sicher zu gehen Meine Fresse Harter Boss Langer Boss Es geht voll krass Auf den Daumen und auf den Finger Oh, scheiß Die Wand an Naja Kauns, Runde 12 Zumindest habe ich den Endboss mal gesehen In seiner letzten Phase Bläh Einfach nur bläh Nein, danke Ohne Scheiß Oh, fuck me Das ist krank Das ist einfach nur krank Entwickler, meine Güte Respekt, dass ihr so einen harten Bonus eingebaut habt Ich kann nicht mehr Ich kann echt nicht mehr Ich habe gesagt, ich versuche es Und ich mache es Aber Au Meine Daumen tun weh Beide Der eine zum Steuern Vom Von Kirby und dem Ding Dem Robobot Und die rechte vom Ganzheit auf B gedrückt lassen Aua, aua, aua Autsch Naja Ähm Ich würde sagen Wir haben alles gesehen Alles Bis auf den Endendboss Den man besiegt hat Deswegen Würde ich sagen Das Projekt ist soweit beendet Ich denke mal Da kommt jetzt nichts mehr nach Und Sollte ich irgendwann Wirklich 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 Das Ding besiegen Dann Werde ich es mit aufnehmen Und ihr werdet es sehen Und ich werde wahrscheinlich rumschreiben Wie verrückt Um es zu schaffen Aber Das wäre es mir wert Das wäre es mir auf jeden Fall wert Aber ich bin erstmal raus Oder generell Ich bin raus Danke fürs Zuschauen Für das ganze Projekt Hat ordentlich Generell Hat ordentlich Spaß gemacht Auch die Bonus-Modi Waren ordentlich geil Das nächste Projekt Ist irgendwas in Richtung Pokémon Momentan läuft da noch was In Richtung Äh Kämpfe Deswegen werde ich mir überlegen müssen Wie ich das Mache Wann ich das anfange Ich würde vermuten Es fängt an Ungefähr so in Richtung Würde nicht lügen wollen Frühestens nächste Woche Also frühestens Montag Äh Wie ich es Aufnehmen werde Und welches Spiel überhaupt Denn ich habe Ich kann mich nicht entscheiden Was für ein Spiel ich spielen will Generation 1 Generation 4 Oder Generation 5.2 Ist alles ein bisschen Schwierig Wobei ich echt tendiere Auf Generation 5.2 Einfach weil Naja Das habe ich noch offen Als reguläres Spiel Hätte ich irgendwie Bock drauf Weil das war Nicht leicht Aber da fällt mir ein Ich wollte eh den Hard-Mode Dafür freischalten Einen Hard-Mode Nass-Lock Dingens Oh das wäre cool Das ist cool Aber dafür muss ich erstmal So weit kommen Haha Aber ich kann das mal raus Sage bis dahin Ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020